Nein, ich hab keine Motivation mehr da. Okay, gut, dann heute ganz ohne Motivation und dann fangen wir jetzt an. Okay, also heute ganz ohne Motivation, dann fangen wir jetzt ohne Motivation an. Hallo und willkommen zurück zu Zerketleid ohne Motivation, aber dafür mit Wolf. Und ohne Moos, weil der wieder beim Essen ist wahrscheinlich. Ja, ist der Wahnsinn, was macht denn der Junge die ganze Zeit? Das frage ich mich auch. So viel Magengröße kann man doch gar nicht haben. Magenvolumen. Ist doch unglaublich. Nein, nein, das heißt schon Magengröße. Achso, okay, Magengröße daneben. Ja, willkommen zurück. Gestern kam keine Folge, weil ja, Wolf war krank. Das war aber nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund war eher, dass ich wenig Zeit hatte bzw. nicht mehr dazu gekommen bin. Und Moos war auch irgendwie nicht da und dann hat sich das halt so ergeben und dann war es schon so spät und dann war ich am Abend auch noch weg und dann, ja. Ihr kennt das ja. Also, ihr wisst es ja von euch, wenn ihr irgendwelche Attack-It-Folgen aufnehmen wollt, dann kommt sowas wahrscheinlich zu starten. Ja, wenn Moos essen ist. Also, kann sich bestimmt jeder mit identifizieren. So. Äh, aber ihr seid ja bester Abonnenten ever. Es gab noch nie irgendwelche Beschwerden. Haben bis jetzt alle ein Verständnis oder, äh, Verständnis gezeigt, besser gesagt. Und dafür wollte ich euch nochmal ganz persönlich danken. Aber, heute geht's ja an die Produktivität. Wolf, was machst du denn? Total produktiv. Baue ich hier heute die Terrasse. Fertig. Ha, 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 ha. Nein, ich baue sie nur weiter. Denk doch nicht so unrealistisch. Äh, ja, das heißt, ich darf mich heute wieder mit tollen Kreisen beschäftigen und wie ich die hier am besten perfekt hier in die Terrasse einbaue. Nice. Aber was machst du eigentlich heute? Ich weiß es noch nicht ganz. Aber ich schätze mal, ich baue einfach, äh, die Energy Cells fertig, damit wir das schon mal haben. Und dann geht's, äh, ja, daran, die Energieversorgung von den Refineries auf der Pipe weiterzubauen. LOL, Creeper. Wow. Ich hab auf Camera jetzt nochmal die ganzen Cells vollfüllen lassen, das heißt, da sind wir ja schon mal fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich in Zukunft nochmal was mit Buildcraft mach, mal schauen. Ich find das einzige, ich find Buildcraft ist so behindert, weil man da nur Energie per Golden Conductive Pipes transportieren kann. Und die halt in die Luft fliegen, wenn so viel durchfließt und es nix hin kann. Oh Gott, hier, oh Gott, hier ist ja, oh Gott, hier ist ja, oh Gott. Ja, das denke ich mir auch, grad. Hier ist totales Pipe-Desaster. Ai, ai, ai. Hm, wie mach ich denn das am intelligentesten? Ich glaub, das hier kommt nochmal weg. So, jetzt seht und staunet. Perfektion vom Feinsten. Oh, das, Alter. Entweder brauch ich eine neue Brille oder das ist wirklich einfach viel zu klein, weil ich hab hier gerade die Minecraft. Circle Guide, neben mir offen. Okay. Wo Kreise in Minecraft halt so, ja, so abgebildet sind. Und Alter, das kann doch kein Schwein mehr lesen. Eins, zwei, drei, das sind vier. Äh, ja, die Frage ist, wie weit ich jetzt hier schon bin. Dan-dan-dan. Nö, soll ich nochmal alles neu abzählen? Oh. Lass mich verarschen. Das hasse ich. Wenn ich Refrineries abbau, ist es manchmal so, dass die einfach so unsichtbar werden. Unsichtig. Unsichtig, Alter. Weil die einfach so unsichtig, ja, und dann kann ich die nicht mehr abbauen. Aber die sind trotzdem noch da. Also voll unsichtig. Liegt das am Server oder liegt das an... Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist ein Server. Weil sowas habe ich auch manchmal auf dem Server. Dass man dann irgendwie noch einen Block drüber setzen muss und dann... Ja, genau. Dass es geupdatet wird. Ja. So. Ups. Ich hab... Mir fällt gerade auf, dass ich viel zu viele Sales gemacht habe. Naja. Tja. Kann mal passieren. Also wirklich, Raffi-Überproduktion wird hier nicht geduldet. So, Ghost is not. So. Geht gar nicht klar, du. Nein. Da. Nein. So, okay. Rechte Maus, das... Ach, du auch keine? Ja. Dann. So, was brauche ich denn noch? Ich glaube, ich brauche noch Adjustable Electric Engines oder wie immer die Viecher da heißen. Ach ja, ein schönes Wochenende wünsche ich euch allen. Habe ich euch ja schon allen auf Facebook gewünscht, die da... Ja, die auf Facebook folgen. Wer noch nicht auf Facebook folgt, folgt auf Facebook. Genau. Naja, äh... Mein pathetischer Aufruf an noch alle Nichtfolger. Genau. Aber jetzt wünsche ich nochmal allen, ne? Weil es war ja eine harte Woche. Weil es sind Gott sei Dank, äh... Pfingstferien, oder? Pfingst? Ja, Pfingst. Ja. Boah, mittlerweile könnten mal wieder Pfingstferien sein. Ja. Aber bis dahin haben wir noch gefühlte 440.000 Klausuren und Referate und... Alles Mögliche in der Schule. Ja. Kann mal passieren, ne? Tja. Blöd gelaufen, ne? Wohlgeleih. Das... Das... Das geht doch schon wieder nicht auf. Jetzt... Wollt ihr mich verarschen. Ne, du. Ja, ne, ich hab nämlich auch wieder Scheiße. Auch... Nö, man, no. Hast du wieder Radius und Durchmesser verwechselt, Wolf? Nein. Ausnahmsweise nicht. Ja, es passiert sogar ein Gymnasiasten noch. Ein Gymnasiasten heißt das. Gymnasiasten. Genau. Okay. Wow. Untergefallen. Alter. Ja, und heute Samstag. Wir schauen uns heute endlich Iron Man 3 an. Wollten wir eigentlich schon am 1. Mai machen, aber hat dann irgendwie doch nicht geklappt. Ja. Weil... Irgendwann nicht konnte, glaube ich, oder? Jedenfalls ist es nicht zustande gekommen. Wollten eigentlich in die Vorpremiere gehen, aber... Ist er nicht zustande gekommen. Und dafür schauen wir uns den dann heute Abend an. Ich hoffe mal, wird's geil. Aber, ja. Kann eigentlich nur geil werden. Ja. 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 Und, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn schon angeschaut habt. Schreibt aber bitte nicht in die Kommentare, wie er ausgeht oder irgendwie sowas. Sowas dulde ich nicht. Könnt ihr erst machen, wenn ich ihn angeschaut habe. Ne, Gott. Also, aber ich hoffe mal, er ist gut. Also. Ich hab insgesamt schon zwei Trailer gesehen. Der eine ist total kacke und der andere ist so geil. Also hab ich keine Ahnung, was ich erwarten soll. Ja, ich hoffe einfach mal, dass er so gut wird, wie die letzten zwei. Ja. Das Denitiv. Richtig. Das Wort zum Samstag. Warum hab ich das jetzt hier verwechselt? Was denn? Ja, hier muss ich jetzt stone und... Hast du schon wieder Radius mit Durchmesser verwechselt? Nein, das passiert nur dir, Wolf. Oh, man. Nein, ich hab jetzt hier Cobblestone und Stone verwechselt. Das ist aber nicht so tödlich, ja? Ich würde jetzt halt eigentlich sagen, dass mir das auch mal passiert, aber... Nee, niemals, du. Dafür bin ich viel zu intelligent. Mann, aber warum... Da fah-da-fah-da-fee-da-fuh. Dann muss ich das hier aber wechseln. So. Dann kommt hier... Stone hin. Hier kommt Cobblestone hin. Ich find's ja gut, dass... Wurde mit beiden connectet. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich das hier gerade ändere. Das liegt daran, dass ich die alle wieder zusammenführen will. Und wenn zwei Cobblestone oder zwei Stone übereinander liegen, die connecten sich ja dann. Und das ist dann halt... ... eher etwas suboptimal. Obwohl, ich könnte eigentlich alles auf Stone gleich machen. Aber ich glaub, es wär zu einfach. Ja, definitiv. Da kann ich den Not zustimmen. So, das heißt, wir brauchen hier jedenfalls mal so... So, 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 genau. Dann hier so, 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 so. So, dann haben wir die beiden schon mal connected. Dann kommt hier so, 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 so und... So, so, so und so und so. Und dann fällt mir auf, dass das Ganze etwas... Hm. Ach Gott, ich hasse dieses Verpeipen. Da, ich sag's dir, da krieg ich Krampfadern überall. Mann, du Pfeife, du. Aber ich könnte eigentlich rein theoretisch etwas so machen. Oho, Genius. Genius-Idea. Dann kann ich hier gleich so rausgehen. Ja, ja, ja. Dass du noch keinen Nobelpreis bekommen hast. Das... Ich versteh irgendwie auch nicht. Also, glaubst du, wir brauchen eine Terrasse auf unserem... Aber nee, nee, das wär ja dann sicher. Gell, dann... Terrasse? Also meinst du... Äh, es war ein... Nein, eher so ein Geländer. Genau, das wollte ich sagen. Nee, wär ja sicher. Gell, da weiß ich wenigstens, dass ich mich hier auf meine Leute verlassen kann. Kann ich hier eins nach unten und eins nach drüben? Ich glaub schon. Ja, das dürfte gehen. Gut, gut. Dann haben wir schon mal hier eigentlich alle... Oh Gott, wie das ausschaut. Wolf, wenn du mal Zeit hast, komm mal her. Ja, ich bin grad am Birchwood schlagen. Okay. Was, die Adjustable Engines sind noch immer nicht da. Da hab ich noch erst 8 Requested. Fug. Das hat sich wieder... Tihi! Oh, warte, das hat sich wieder irgendwo aufgehängt. Wahrscheinlich ist wieder irgendeine Kiste übergequollen oder so. Und jetzt fließen da irgendwie 20.000 Items wieder durch. Und das System ist dann wieder das Problem. Ja. 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 Mäh. Da fällt mir auf, ich hab heute vergessen, den Timer zu stellen. Das heißt, wir sind jetzt dann ungefähr bei... 5 Minuten? Nein, 10 Minuten, glaub ich. Da fug, warum fließen jetzt hier wieder überall random Items durch? Weil das ist wieder Tag des Systems. So, warte, stimmt hier irgendwas nicht? Ich glaub hier stimmt irgendwas nicht. Ah, heh heh. Ja, weil ich hier so muss. Genau. Dann können hier weiter produziert werden. Genau. Ich bin so ein Genius. Aber echt, du. Ich wüsste nicht, wen ich mein Leben lieber anvertrauen würde, als dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sagen mal 6, okay. Das ist halt das Problem, weißt du. Das ist sau komisch bei den, äh... Automatic Crafting Tables, gell? Ja. Das hat ja irgendwie oben ein Inventory, gell? 5, 6, ja, ich hör dir zu, ja. Das hat oben ein Inventory. Ja. Und wenn automatisch was reingeht, tut dir das in dem Inventory nur in eine Zeile. Und er füllt den Rest nicht auf. Das heißt, wenn es die eine Zeile voll ist, dann geht da nichts mehr rein. Aber das ist ja dann voll kacke, dann kannst du ja immer nur maxim... Äh, gibt's ja immer nur so ein Maximal-Amount von dem, was du craften kannst. Ja, eben. Uäh. Und warum ist jetzt hier das da wieder nicht... Ach Gott, welche hier wieder... Voll behindert. So. Spinner! Hat mir das Problem auch gelöst. So, nach dem regulären abendlichen Spinnen-Totschlagen im Garten... Und dem regulären ISS-Fixing... Genau, äh... Oh mein Gott, Spinnen und Skeletten. Scheiße, ich hab schon wieder... Bochen schlaft zu mir gemacht. Bogen, Bob! Ja, da draußen ist grad voll die Monster-Party jetzt von her. Ach, so. Schnell zu Mr. Icy, du musst das Icy ein. Das ist voll praktisch. So haben wir da nie Monster oder so drin. Schon aufgefallen? Ja. Wunder dich nicht. Wunder dich nicht. Wunder dich nicht. Also hier hat noch kein Platz im Inventar. Ich hab immer vollstes Inventar. Und ja, ich brauch alle. Alle 28 Slots oder wie viel das sind. Na, das sind's wahrscheinlich mehr. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neimal vier. 36. Jetzt hab ich dein Power-Tool genommen. Oh, ja, ganz aus Versehen hast du mein Power-Tool genommen. Ganz aus Versehen aber. Aber weißt du, was nie aus Versehen passiert? Naja, manchmal schon. An der Kommentarfrage, genau. Was hatten wir denn noch nicht? Von Lukas Bestle. Ohrwurm und den Wise Guys. Yay. Kommentarfrage. Was hörst du und nicht magst du für Musik wie oft und wo? Also allgemein so Musik. Wann, wo, was. Aha. Also was haben wir schon mal ausführlich beantwortet, aber vor allem jetzt wo und wie oft und so vielleicht. Äh. Eigentlich immer, die ganze Zeit. Echt? Also, ja, doch ernsthaft, bei mir schon. Es fängt morgens damit an, nachdem ich aufstehe, halt während dem Frühstück oder so, höre ich meistens Radio, dann danach auf dem Weg zur Schule habe ich eigentlich immer einen Kopfhörer drin. Nach der Schule, wenn es nach Hause geht, dann mittlerweile habe ich so mein, also ich höre immer mehr so New Age-Zeug fürs Lernen oder halt ja nicht unbedingt so New Age, aber halt alles, was so in die Richtung Relaxing geht. Was ist New Age? New Age, das ist, ähm, ja, das ist so eine Art Soft-Trans-mäßig. Soft-Trans. Okay. Ja, das, also ich finde es manchmal ganz schön, äh, ganz schön und ganz entspannend, wenn man halt irgendwie nebendran lernt. Okay. Aber sonst, ja, dann. Beim Sport eigentlich dauernd. wenn ich Klavier spiele sowieso. Und... Achso, ich dachte, du spielst Klavier ohne Musik. Also, fahrtisch lautlos. Tja, da bin ich wohl noch nicht skilled genug. Da bin ich nicht gebildet, äh, begildet genug für. Begildet und gehabt genug dafür. Da habe ich nicht genügend Gebarbung für. Ja, und bei dir, Raffi? Ähm, ja, ich höre... Also, es war schon mal schlimmer bei mir. Ich bin nicht so ein Musik-Junkie. Ähm, aber eigentlich auch... Also, ich fahre ja ab und zu mit dem Fahrrad in die Schule, manchmal mit dem Bus. Und beim Busfahren, da höre ich immer Musik, weil ich da halt ein bisschen erst gehen muss und so. Mit dem Fahrrad nicht. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich früher immer am PC auch Musik gehört, wenn ich dran gesessen bin. Das ist inzwischen aber nicht mehr so. Warum nicht? Weiß ich nicht. Oder warum nicht mehr? Weiß ich nicht mehr. Ja, sonst, äh, ja, wenn ich Gitarre spiele, so, wenn ich mal ein cooles Lied finde, ab und zu halt einfach mal so iTunes anschalten, Playlist, auf Start drücken. Passt das schon. Aber vor allem, wenn ich chillaxen will. Aber am meisten eigentlich in der Früh, so am Wochenende, so vorm Aufstehen, mache ich ab und zu mal. Ja, was haben wir eigentlich schon beantwortet? Ja, müsst ihr euch alle anderen Folgen durchschauen, damit ihr die richtige findet. Jo, sonst, äh, das war's eigentlich. Ja. Übrigens wegen Palletschinken, gell, was du nicht gewusst hattest. Jeder aus den Kommentaren hat es gekannt, der was geschrieben hat. Ja, und? Wie schön für dich. Wolltest du nur sagen. Why you connect... Echt, ist der Fug? Warum connectet der da? Hier, connectet da. Da, da, da. Da, da, da. So. Wärst du mal so gnädig, zu mir zu kommen und dir das Zeug hier anzuschauen? TP, F, TAP. Nein, so nicht, aber so. Nein, so nicht, aber so. What the... Alter. Das ist hier unsere Finery. Es lebt. Krank, oder? So schaut's in der Geschenke-Fabrik vom Weihnachtsmann aus. Ja, verstehst du's? Ich glaube, hier sind halt die acht verschiedenen Pipes, die dann jeweils in eine, in zwei Refinings eingehen. Und dann... Alter. Not bad. Das ist echt krank. Jetzt, wo ich mir so von außen mal anschaue. Alter. Wo bleiben die Wooden Pies? Warum brauchst du das so lange bei der ISS? Ich denke echt mal drüber nach, dass ich einfach mal so... oben und unten in der Teleport-Pipe rein tue, damit es nicht immer so weit traveln muss. Damit es bald fast instant ist. Aber schaut halt dann nicht halb so cool aus. Ja, eben, das ist ja das Problem. Ich glaube, ich habe mich schon gerade wieder hoffnungslos für... Ah. Wunderschön, abgekackt. Was? Dein Minecraft? Ja. Ja, warum das? Ja, keine Ahnung, ich kriege nicht mal... Ah, Minecraft has crashed. Unexpected error. Ja, das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Aber ich lasse mal, wir sind eh gleich fertig. Sicher auch und so. Ja. Meine Uhr sagt ja. Okay, deine Uhr sagt ja, dann sage ich auch ja. Dann wünsche ich euch mal wieder, dass ihr Wolf One Left The Game ein schönes Wochenende habt, beziehungsweise schon hattet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch was. Was sagen wir aber nicht. Was sagen wir echt nicht. Und ja. Okay, also bis dann. Tschüss. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Bis zum nächsten Mal.